Guten Tag, es freut mich, dass Sie mich an meinem heutigen Arbeitstag begleiten. Ich nehme Sie mit auf einen Rundgang durch Kobrechtschürz in Aarau. Die Büros sind nur einen Katzensprung vom Bahnhof Aarau entfernt. Hier empfangen wir unsere Kunden, bearbeiten sämtliche telefonischen und schriftlichen Anfragen und leiten komplexe Rechtsfragen an unsere internen Spezialisten weiter. Viele Fragen besprechen wir untereinander, da wir gemeinsam nach der besten Lösung suchen. Unsere Büroräumlichkeiten sind modern, hell und großzügig. Die Infrastruktur ist technisch auf dem neuesten Stand. Unsere Assistenten bereiten die Rechtsfälle vor und besprechen diese anschließend mit den Juristen. Die Korrespondenz bearbeiten sie selbstständig, sodass sich unsere Juristen auf die komplexen und vielfältigen Rechtsfragen konzentrieren können. Kein Fall gleicht dem anderen. Gemeinsam stellen wir uns jeden Tag neuen Herausforderungen. Vom Auszubildenden bis zum CEO pflegen wir einen kollegialen Umgang. Oft treffen sich unsere Juristen zu spontanen Besprechungen von spannenden Rechtsfällen. Dabei werden unter anderem Rechtsfragen diskutiert, optimale Lösungswege gesucht und abgeklärt, ob überhaupt eine Versicherungsdeckung vorliegt. Die Pausen verbringen wir gemeinsam in unserer Cafeteria. Hier plaudern wir über bevorstehende Events, Workshops oder interessante Rechtsschutzfälle. Frische Früchte, Mineralwasser, Kaffee und Tee stehen kostenlos zur Verfügung. Es ist uns ein Anliegen, qualifizierte Mitarbeitende auszubilden und auf die Berufswelt vorzubereiten. Deshalb bieten wir pro Jahr zwei Lehrstellen als Kauffrau, Kaufmann, sowie diverse Praktika im kaufmännischen und juristischen Bereich an. Wir unterstützen auch festangestellte Mitarbeitende bei internen und externen Weiterbildungen. An monatlichen Mitarbeiterorientierungen wird über die neuesten Entwicklungen der Coop-Rechtsschutz informiert. Diese finden jeweils in einem ungezwungenen Rahmen, wie zum Beispiel Brunch, Mittagslunch oder Apero statt. Das war ein kleiner Einblick in unseren Betrieb. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Offene Stellen finden Sie auf unserer Homepage www.cooprecht.ch 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 www.cooprecht.ch